Das Wohl der Armen ist oberstes Gesetz. So heißt es in einer Urkunde des Heilig-Geist-Spitals, dem bekanntesten und bereits 1255 erstmalig erwähnten Spital in Freiburg. Und daran hat sich bis heute im Grundsatz nichts geändert. Die Stiftungsverwaltung Freiburg vereinigt unter ihrem Dach sechs kommunale Stiftungen mit Wirken in und für Freiburg und zählt mit zu den größten Trägern sozialer Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Stadt. Die Stiftungsverwaltung ist ein modernes Unternehmen, das sich der Tradition für mehr Menschlichkeit verpflichtet sieht. Unsere sechs Stiftungen stehen in der Stadt Freiburg für Bürgersinn, Gemeinsinn, Gerechtigkeit, Solidarität. Sie haben eine jahrhundertelange Tradition, engagieren sich aber in Gegenwart und auch in Zukunft. In den Bereichen Kinder-, Jugend-, Altenhilfe, in den Bereichen Stipendienförderung bis hin zu Waldbau und Weinbau. Wir können dies nur leisten, wenn sie uns stärken, weil nur starke, starke können Schwachen in der Stadt auch helfen. Und deshalb bitte ich Sie auch weiterhin um Unterstützung, unsere Aufgaben mit zu fördern, um letztendlich eine solidarische und gerechte Stadtgesellschaft zu ermöglichen. Die sechs kommunalen Stiftungen engagieren sich nicht nur in der Kinder-, Jugend- und Altenhilfe, sondern helfen auch jungen Menschen durch Stipendien, ihre Träume zu verwirklichen. Die Stiftungen erhalten und bewahren Kultur und Kunst in ihrem Bestand und kümmern sich um den Nachlass. Historische Bauten und Kunstschätze werden aufwendig restauriert, archiviert und für unsere Kinder erhalten. Genauso wie die 700 Jahre alte Weinbautradition. So werden individuell und sorgfältig ausgebaute Weine des Stiftungsweinguts auch in Zukunft ein Markenzeichen sein. Dem Wohl der Bürger seit 1298. Stiftungsverwaltung Freiburg